Ja, ich bin überwältigt. Ich habe aus dem Stand heraus den Amtsinhaber mit zwei Prozentpunkten auf seinen Platz verwiesen, auf den zweiten Platz. Ich habe gewonnen heute und ich gehe mit einem unheimlichen Auftrieb jetzt in die nächsten 14 Tage und auch in die Stichwahl. Kathrin Brenner ist gegen den amtierenden Bürgermeister angetreten und sie hat aus dem Stand den Vorsprung geschafft. Das ist heute die beste Ausgangslage, die man sich wünschen kann für eine Stichwahl. Jetzt geht es nochmal um zwei Wochen Wahlkampf zu machen und zwar diejenigen, die heute noch nicht gewählt haben oder die noch nicht überzeugten, jetzt zu mobilisieren. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem Ausgang des heutigen Abends.